Okay. Es stimmt, das war eigentlich ganz schön doof von uns. Wir haben... Eine Erinnerungsstörung. Es gibt wohl noch mehr Daten. Okay, Strohkopf. Ich kann Sie jetzt nicht aus dem Stuhl holen. Sie müssen das erst sichten. Das ist seltsam. Diese Erinnerung scheint 20 Jahre nach den gerade Gesehenen zu spielen. Sind Sie sicher? Absolut. Das heißt, Shane muss den Sturz überlebt haben. Wenn er der Mann ist, für den ich ihn halte, dann hat er. Machen Sie weiter. Die Daten sind fragmentiert. Die Erinnerung unvollständig. Mal sehen, was ich tue. Hören Sie, wir müssen erfahren, was mit Shane ist. Die Erinnerung mag wüst aussehen, aber ich bin fast sicher, dass die Sequenzierung sie nicht umbringt. Aber es war gerade auch doof. Shane hat Gewissensbisse bekommen und auf der Flucht bringe ich alle möglichen Leute rum. Okay, Strohkopf. Wir wissen nicht, wo Shane steckt oder was er macht. Halten Sie Augen und Ohren offen. Ich will den Grund wissen, warum Shane dorthin ging. Sie haben es gehört. Vorwärts. Okay. 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 Ah. Da ist ein Punkt. Da müssen wir hin. Ähm. Ne. Geh ich mal lieber so weiter. Genau. Da entlang. Den Verbrecher auswendig machen. Geh. Hier ist aber so gut wie gar keiner. Dann zeigen Sie mal was Sie können. Spannen Sie die Gefahr. Schützen Sie Franklin. Ja. Wenn du mal. Oh nein. Ich bin tot. Es ist zu spät. Es ist eindeutig schon zu spät. Ich gehe gleich ins Bett. Oh Gott. Ah. Wo? Geht ihr hin? Ich muss eigentlich nach unten. Hm. Ich habe eine gute Linie. Ja. Ah. 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 Ach. Ach. Hilfe. So helft mir doch. Ich binkeepers nicht sicher. Was ist los? Mehr Daten haben wir nicht. Mit dieser Erinnerung kommen wir nicht weiter. Vorerst. Shay kann nicht gestorben sein und dann 20 Jahre später in Paris auftauchen. Es fehlt etwas. Shays Erinnerungen sind über die ganze Cloud verstreut. Der Virus hat die Server gestört. Deswegen können wir nicht Shays ganzes Leben sehen. Okay. Das bedeutet, ich muss wahrscheinlich raus. Ich gehe zu einer Wand und ich bin beschäftigt. Warum gehen Sie nicht zu Ort zu Berg? Er haust in einem der Büros. Ja. Werden wir gleich machen. Ich gucke mir noch mal ein bisschen hier die Sachen an. Copy Paper. Ja, da unten liegt Kenway. Wollen Sie bei Berg einen guten ersten Eindruck hinterlassen? Dann ginge ich jetzt, nicht später. Ja, gut, gut, gut. Ist ja schon gut. Egal. Wir verabschieden uns für heute. Und sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein. Nein. 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 Sie stehen vor einer Wand und ich bin beschäftigt. Warum gehen Sie nicht zu Otto Berg? Er haust in einem der Büros. Aber bitte. Shay Cormack ist ein Assassine. Aber er ist anders als die, die sie früher für Entertainment-Produkte nahmen. Ich glaube, Shay könnte der wichtigste Assassine aller Zeiten sein. Ihre Forschung wird mir dabei helfen, etwas zu erreichen, was ich schon sehr lange will. Shays Geschichte hat vielleicht auch Ihnen etwas zu bieten. Es gibt noch einen Server, über den wir anscheinend nächster Erinnerung kommen. Na prima. Ich brauche den Strohkopf zurück, um fortzufahren. Gut, machen Sie jetzt weiter. Aber denken Sie auch über das Besprochene nach. Adewale, genau. Gut. Ah, wir sind alle schon tot. Ja, ja, ich komme ja schon. Ich komme ja schon. Ja? Alles gut. Ja, ich muss sagen, das Büro haben Sie ganz gut hierhin bekommen. Ja? Ja, gut. Mist, ich vergaß, dass der Server eine Level-1-Security-Sperre hat. Ich habe Ihnen die Level-1-Security-Freigabe erteilt. Jetzt sollte es keine Probleme mehr geben. Klasse, jetzt können Sie den Server-Raum. Sobald die... Ja. Server wieder da sind, lade ich die nächsten Erinnerungen in Ihren Animus. Ich habe das Gefühl, dass die Frau etwas übersteuert. Das kann natürlich auch nur sein, dass das bei mir so ist. Weil meine Kopfhörer etwas empfindlich eingestellt sind. Aber... Wer weiß. Oh, die sehen aus... Aha? Sehen aus... Ja, wie die alten Net-Power-Books. War es so Tech? Na, egal. Oh. Ah. Der sieht doch irgendwie einfach aus. So. Wow. Das war... Dann los. Los, los, los. Wer sind Sie? Fassen Sie nicht an. Himmel, Herrgott, fäng mich nicht! Du, gib mir das Kind! Hör mich jetzt! Alles ist gut. Elina! Ganz ruhig, Mr. Burke. Ich verspreche, wir tun Ihrer Tochter nichts. Wer sind Sie? Hey, ich bin Warren Widdick. Ich arbeite für Abstergo Industries. Sie verließen das Uti-Jäger-Regiment und wurden bezahlter Söldner, um Elinas Mukoviszidose behandeln zu können. Was hat denn das für Auswirkungen auf Sie? Herr Kehle! Ich habe ein Angebot für Sie. Ich arbeite nicht für Unbekannte. Nicht diese Art Angebot. Ich werde jetzt etwas aus meiner Tasche nehmen. Was ist das? Eine kleine Pille. Die ist übrigens für Sie. Hier ne meine Kleinen. Eine Arznei. Stopp! Na bitte, ist das nicht besser? Diese Pille heilt Sie. Sie ist nicht auf dem Markt. Aber sie kann die Ihre sein, falls Sie an einem kleinen Trainingsprogramm teilnehmen. Was kann Abstergo mit einem wie mir anfangen? Oh, Sie arbeiten nicht für Abstergo. Jedoch, wenn Sie gut sind, könnte Abstergo für Sie arbeiten. Eins will ich noch, bevor ich zustimme. Raus damit. Der da. Er hat meine Tochter erschreckt. Ich verstehe. Gentleman. Befreit, Mr. Berg. Jenkins, gib deine Waffe. Was? Jetzt. Ja, Sir. Zufrieden? Ein Anfang. Das ist heftig. Das ist heftig. Gute Arbeit, Strohkopf. Die Daten sind ziemlich grob, aber genug, um weiterzumachen. Kommen Sie her, aber schnell. Es scheint, als befreie das Wiederherstellen des Servers auch andere Systeme vom Virus. Sie machen gute Fortschritte. Bin gespannt, was uns Shay als nächstes zeigt. Level 1 Freigabe gewährt Ihnen auch Zutritt zu anderen Gebäudeteilen, falls Sie sich mal zwischendurch die Beine vertreten möchten. Ja, das tue ich gerade. Denn ich fand das in Assassin's Creed... In Assassin's Creed 4 immer so einer der schönsten Unterhaltungen. Na? Nee, 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 nee. Nichts. Hier. Gehen die gerade von Heroes of Mighty Magic? Ah, hier haben wir noch Level 1. Hey! Lass mich doch einfach durch. Nein, geht das nicht. Gut, dann gehen wir wieder nach oben. Äh. Oder? Hier haben wir noch was Schönes. Oh, das sieht etwas komplizierter aus. Gut. Nee, das muss schon das sein. Das bedeutet... Der muss ein nach da. Der muss ein nach da. So, und der da muss nach da. Wie Hatham Kenway stammte Daniel Cross aus einem Assassinen-Geschlecht. Denn die Aurela-Familie diente der Bruderschaft schon seit zwei Generationen. Daniel Crosses Drogenabhängigkeit und Animus-bedingte Psychosen sollten nicht über seine großen Leistungen für die Templer-Sache hinwegtäuschen. Unter dem Einfluss von Warren Widick kam er in die Bruderschaft und erlangte ihr Vertrauen und traf schließlich ihren zurückgezogenen Mentor. Dann wurde seine unterbewusste Programmierung aktiviert und er tötete den Mentor und löste damit die erste große Reinigung der Moderne aus. Dies sind nur ein paar Beispiele für das, was ich immer verspürte. Dass es immer Assassinen geben wird, die bereit sind, ihre Sache aufzugeben, um unserer zu dienen. Und es gibt niemanden, der diese Idee besser verkörpert als Shay Cormack. Und ich möchte, dass die Assassinen diese schmerzhafte Wahrheit akzeptieren. Das ist heftig. Ja, stimmt. Lucy Stillman hat uns, äh, irgendwie... Es wurde gesagt, dass sie uns betrogen hat. Und deshalb von Leuten getötet, von dieser göttlichen Figur Juno oder Minerva? Ich weiß, dass gerade nicht getötet wurde.